Toadette ist schon wieder am Updancen, das heißt, ich bin mindestens genauso bereit. So ist schon mal aufgefallen, dass die Animation von dem Luftschiff nicht korrekt ist. Das teleportiert sich erst ein Stück nach hinten und dann dreht sich's um. Es sieht immer so aus, als wäre es für ein Frame oder so nicht korrekt. Und vielleicht ist das auch ein Feature von dieser Superwelt. Schon wieder ein Pokey. Mit denen stehe ich auf Kriegsfuß. Unamass, don't touch snack. Wo ist sie denn, die Snack? Hint? Ne, danke. Noch nicht. Vielleicht später. Ich meine, das ist ja bestimmt nicht gut. Der Fisch geht dir bei don't touch snack. Okay, dann machen wir's nicht. Wird mir auch gar nicht erlaubt. Ist das das Einzige, was ich tun kann? Oh no. Ich weiß immer noch nicht, woran das liegt, wenn seitliche Trampoline so verglitscht sind. Man sieht ja, dass das eine Pixel da, das ist so quer und dann kann man nicht auf die draufstehen. Warum das so ist, weiß ich allerdings nicht. Moment mal. Ist es wieder so ein Hin- und Zurückspielchen? Ach nein. Das hätte ich mir irgendwie auch denken können, weil da kam ich ja gerade her. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach so oft durch die Tür, bis es... Bis das Trampolin nicht mehr komisch aussieht. Es sieht immer noch komisch aus. Wahrscheinlich ändert sich da auch nichts dran. Hm. Bisher war das immer die Lösung, ne? Geh einfach so oft wie möglich durch die Tür. Wo ist der Fisch? Nein. Dann war halt, dass nicht jedes... Es sieht zwar aus wie eine Reset-Tür, aber in Wahrheit ist man jedes Mal in einen anderen Raum gelangt. Haha. Darauf muss ich echt mal häufiger... Achten. Um meine Troll-Sensoren zu verschärfen. Was kriege ich hier Tolles? In die... Fressluke geballert. Toad needs a dollar for a burger. Sammle mindestens eine Münze. Was hatten wir... Hatten wir nicht schon mal so etwas Ähnliches? Irgendwas auch, sammle eins. Ach ne, das war das Wholesome Kaizo. Nur diesmal ist es... Ha! Mindestens eine Münze. Wie? Ich meine, das ist der Bildschirmrand. Und zwar der Anfangsbildschirmrand. Da, wo man wirklich nichts hinbauen kann. Bestimmt passiert hier noch was Gutes. Nicht sofort, aber... Nein, hier komme ich immer noch nicht hin. Warum ist das so weird? Das hier hätte es doch aufsprengen können, weißt du? Oh! Ja, toll. Gib mir meinen Burger. Wirklich nicht? Ach hier. Da fliegt am Anfang irgendwas hin. Ich muss... Oh, hätte ich die erreichen können? Ach so, das äh... Lol. Ja, lol. Nee, bei diesen Mini-Leveln denke ich, da interpretiere ich zu viel rein. Trotzdem, drei Sekunden, es gibt noch eine andere Lösung. Aber wahrscheinlich bin ich nicht in der Lage, die zu finden. Und ich darf es ja auch nicht normal probieren. Denn, äh... Was ja das tolle Feature einer Superwelt ist. Dass man die Level nicht normal spielen kann. Wie in SMB3 damals. Toad also... Pommes will er auch noch dazu. Ich hätte auf Toad wechseln sollen. Aber Toadette ist ja im Grunde genommen auch ein Toad. Das sieht aus wie ein leckerer Burger. Das wäre natürlich episch, wenn ich das schaffe, ne? Ähm... Äh, was? Ich habe gar nichts gedrückt. Wo kam dieser Mörb-Sound auf einmal her? Ding. Ich bin mir sicher, das ist nicht das, was man hier machen muss. Obwohl, eigentlich bin ich mir nur so 80% sicher. Schlimmer noch, als die Tatsache, dass mich der Fisch getroffen hat, ist, dass ich jetzt niemals erfahren werde, ob das hingehauen hätte. Boah, ey. Warum war ich jetzt in dem Pommes-Level der Burger? So, welches Lebenhaus haben wir hier? Ich hoffe, es ist das mit dem Baseball. Welches auch sonst. Kein Problem. No! Darf ich bitte gehen? Ha! Ein läppisches Leben. So, sind wir schon soweit? Das nächste Goopengorb-Level. Ne, diesmal spielt die Animation richtig, oder? Ja, diesmal ist sie hier gefixt. Aber das war vorhin irgendwie tatsächlich ein Anzeigefehler. Bei mir ist das vorher auch noch nie aufgefallen. Goopengorb 4, Wilfred Collab. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kommt er mit den Collabs. Oh. Ach, das war's noch nicht. Ey, das freut mich aber. Wilfred macht auch klasse Levels. Ich muss bei dem mal wieder reingucken, ob er... Oh, wann neu er hat. So, was habe ich jetzt daraus gelernt? Irgendwie gar nicht mal so viel. Ich hasse mich. Nein, nicht mich. Warum hasse ich mich? Ich hasse den Level-Creator. Muss ich... Ich muss das hier nicht machen. Es sieht aber sehr, sehr ulkig aus. Deswegen machen wir es trotzdem. Oh Gott, dieser Raum... Es sieht so aus, als wäre ich hier 10 Minuten beschäftigt. Ah. So. Die einzige Röhre, in die ich rein kann. Das war klar. Die ist es auch nicht. Die ist es auch nicht. Glaube ich. Oh. Hit-Pau. Seit wann macht er das eigentlich, dass er... Dass er das erste... Seine erste Aktion... Den Panzer nach oben zu strecken ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass das immer so war. Aber was spielt das schon für eine Rolle? Woran ich mich erinnern kann und woran ich... Wo ist hier überhaupt ein Pau? Oh. Was war das? Was hat mich da zur Seite geschoben? Es ist auf jeden Fall nicht mehr da. Die positive Nachricht ist, der Raum hat mich keine 10 Minuten aufgehalten. Aha. Einfach nur gegenhalten. So. Jetzt diese unfassbar verwirrenden Grafiken, die ich nie auseinanderhalten kann. Die fährt auf jeden Fall weg. Sie müssen immer wegfahren. Nur wo fährt sie hin? Warum fällt man da durch, Nintendo? Warum? Aber springen kann ich auch nicht. Ist aber gefährlich. Spikes. Das war eine gute Idee, noch nicht nach oben zu drücken. Jetzt könnte ich wieder zurück durch die Tür. Ich mach's aber mal nicht. Kommt der Pilz kommt zuerst. Ich will ihn nicht. Das ging zu schnell. Oh. Das ist... Das ist der Hüpf. Ich hab jeden einzelnen Schritt... ...hab ich richtig gemacht, ne? Ich hab immer nach oben gehalten. Der Bumbum, der da unten durchs Bild fliegt. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ob der... ...schieren... ...Unmenschlichkeit. Also ich drück... Ich drück einfach überall nach oben. Weil ich trau mich nicht, hier stehen zu bleiben. Ho, ho, ho. Wo geht... Wo geht der hin? Boah! Wow! Ich dachte mir ungefähr so... Ich weiß nicht, wo der Donut hingegangen wäre. Nein, wieso... Ich... Jetzt weiß ich's. Pfff! Es gibt gar keine Markierung, die einem dabei... Da ist ne feste... ...Wand. Oh! Ich weiß nicht, warum ich mich geduckt hab, aber das war wahrscheinlich der Fehler. Ich hab aber auch gar nicht... Weil ich... Wo fällt man denn da durch? Hinter der Säge. Das ist... Das ist... Ich glaub, nach dem Level muss ich mal ne Pause einlegen, weil... Oh, no! Warum? Weil mein Hirn ist einfach nur noch Brei. Nein! Wie... Das... Wie kann er genau in diesem Moment nachwachsen? Das... Das... Weißt du... Ich bin's doch, der da im Kreis läuft. Woher kann er denn wissen, dass ich genau mit diesem Timing da durchlaufe? Wie hab ich denn das gemacht, dass ich da... Direkt hochgesprungen bin beim ersten Mal. So, weißt du... Jetzt hier... Der wächst tatsächlich erst nach, wenn man da runter geht? Oh! Aber warum? Ich will diesen Checkpoint. Ich will diesen Checkpoint. Das ist so weird. Und was mach ich denn hier? Haha! Ich hab ihn. Das war lang. Das war ein langer Abschnitt. Das ist... Bitte... Bitte nimm ihn mir nicht direkt wieder weg. Ah. Naja, solange es nur... Solange es nur das ist. Okay. Es ist alles in Ordnung. Einfach auf die Dummheit des Fisches vertrauen. Wenn ich das schon sehe. Wenn ich das schon sehe. Mach einfach. Hau einfach ab. Aktiviere... Aber... Können die Spike-Tops ne Clowns-Kutsche auf die Art und Weise wegschicken? Ich dachte, das einzige, was das kann, sind Spikes. Ich mein... Ja, der hat einen Spike auf dem Rücken, aber... Was muss das sein? Wow, das... Das wusste ich echt nicht. Ich geh hier runter. Weil das das einzige ist, was mir intelligent erscheint. Siehst du, da ist nämlich was. Da ist tatsächlich was. Oh no. Ich kann nicht... Ich kann nicht mehr lachen. Es tut mir leid. Mein Gesicht tut schon weh. Ich muss es einfach hinnehmen. Aua. Ich habe nur einmal kurz gepennt, Mann. Wow. Natürlich lässt er mich zurücklatschen in den kompletten Weg. Ja, weißt du, solange der Peach-Wid noch in der Luft ist, kann man ihn wegstoßen von unten. Aber sobald er mal liegt, nicht komplett über jeglichen Zweifel erhaben. Ich weiß nicht, was das hier ist. Warum... Warum ist das? Ich... Lass mich doch jetzt mal... Herrgott. Nope. Definitiv kein Entkommen. Was, wenn die ganze Clowns-Kutschen-Geschichte hier nur ein einziger riesiger Bait ist? Und ich... Ich brauche die gar nicht. Was hat das eigentlich zu bedeuten gehabt jetzt da unten? Okay. Das wohl. Don't touch snack? Da war was. Für einen kurzen Moment. Nein. Das sieht aus wie eine Tür. Ich werde meinen Schlangenfreund... ...einfach respawnen, indem ich nochmal durch diese Tür gehe. Was für eine Überraschung. Warte, zwingt er mich den gesamten Weg zu... Tatsache. Er zwingt mich den gesamten Weg zurückzugehen. Die Clowns-Kutsche ist ein Bait. Man braucht die weder um... ...da drüber noch... ...um wieder hochzukommen. So. Ich habe keine Angst vor diesem Maulwurf. Warum? 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 Und jetzt kann ich schon wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Das ist mal wieder das gesamte Level der Anti-Soft-Lock. Oder killt mich was, wenn ich hier nochmal zurückgehe? Wunschdenken. Ne. Alles beim Alten. Das zieht er jetzt wahrscheinlich bis zum nächsten Checkpoint durch, oder? Egal wie weit ich komme, wenn ich einen Fehler mache, kann ich wieder hier hin. Wenn ich nur gesehen hätte, was da passiert ist. Muss ich springen, oder muss ich gegensteuern? Oh, einfach nur gegensteuern. Please. Was kann das sein? Ah. Hätte ich fast nicht gesehen. No. Und ja. Ja, wir laufen... Oder? Ja, ich muss. Oben ist zu. Boah, ist das hart. Jedes Mal biege ich hier falsch ab. Das ist, was in Wirklichkeit immer passiert. Ja, wenn man normal stirbt. Der Charakter läuft einfach zum Checkpoint zurück. Und das passiert, während der Bildschirm schwarz ist. Wir lernen Schritt für Schritt. Das kann... Das ist gar nicht der Troll. Der Troll ist erst, wenn man wieder hierher zurückkommt. So. Hitboxen. Mach's gut. Ich würde ja irgendwie... Ah. Echt jetzt? Kann das schon der nächste Checkpoint... Nicht bevor ich nicht noch ein weiteres Mal zurücklatsch. Moment, das funktioniert ja gar nicht. Das ist die falsche Blume. Ich bin der größte Vollidiot auf diesem Planeten. Auf den Moment dachte ich, ich hätte irgendwas erreicht. Oh, please. Das Schlimmste ist, dass... Jetzt habe ich auch noch nicht mal irgendwas erreicht. Ich weiß ja nicht, was ich hätte machen müssen eigentlich. Ich würde es so feiern, wenn einfach hier gar nichts passiert. Wo bin ich vor dem Ding sicher? Direkt hier dran, da wo man eigentlich nicht stehen will? No, come on, der fliegt doch wirklich einfach überall hin. Vielleicht muss ich hier runter. Bitte. Bitte lass mich durch. Das war eins zu früh. Baby. Einmal noch diesen Bum-Bum killen. Geht das überhaupt? Jetzt kommt er nicht mehr, weißt du? Aha! Was ist das jetzt schon wieder? Ich darf weder das eine noch das andere haben. Boah ey, hier wird einem aber auch gar nichts gegönnt. Ich... Nee, oder? Ich muss wieder zum... Ich muss immer noch zum letzten Checkpoint zurück. Aber ich muss ihn nicht einsammeln, oder? Doch, ich muss es machen. Nichts. Ach. No, 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 no. Please. Also es ist so nervig gemacht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja. Machen sie weiter. Ich dachte, ich hätte es jetzt hinter mir, nachdem ich den nächsten... Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ich oft sterben muss. Aber wenn es lange dauert und man mir damit einfach nur Zeit stiehlt, dann werde ich garstig. Garstig ist ein wunderschönes Wort. Was ist das da drüben eigentlich? Muss ich mir das merken? Wieso sah das so aus, als wäre ich in dem Schuh? So, jetzt habe ich es also endgültig hinter mir, oder? Dass ich zurück zum anderen Jackpot laufen muss. Solange Bum Bum am Leben bleibt, habe ich nichts zu befürchten. Oh, danke. Immer schön am Leben bleiben, lieber Bum Bum. So, da kommt noch eine Clownskutsche hergeflogen. Achso. Ja, jetzt sehe ich es auch. Heppa. Macht das nicht sogar das Geräusch, als würde man in den Schuh einsteigen? Okay, was hat das jetzt für einen Unterschied gemacht? Ich bin nicht auf einem Race gegen diese Schlange. Wetten? Ah, da ist nochmal eine Tür. Gut, dass ich das jetzt schon weiß. Dann racen wir die Schlange halt doch mal. Aber man kann nicht gewinnen. Ach doch, das ist der Sinn des Ganzen. So. Ich spiele jetzt schon seit Stunden, seit Stunden nur Troll-Level, weil ich, weil ich so viel wie möglich spielen will und Angst habe, dass sie morgen nicht mehr da ist, die Super-Welt. Aber, oh, aber ich glaube so langsam, so langsam muss ich doch ins Bett. Egal. Kann ich damit noch irgendwas Cooles machen? Bevor ich mich jetzt hier in diesen offensichtlichen Troll begebe? Ach, ach, doch, Tatsache. Du schon wieder. Man sieht sich ja immer mehrmals im Leben, wie er genau das Kreuzchen im Gesicht hatte. Wo ist er denn jetzt? Ach, da drüben? Das hier? Kann ich nicht verhindern. Aber ich kann was gegensteuern. Kann ich mich mit der Clowns-Kutsche hier rausglitschen? Das wäre so toll gewesen. Egal. Nein, ich hab, ey, ich hab alles getan, was in meiner Macht stand. Ohne Witz. Jetzt bin ich auch noch mit der Clowns-Kutsche hier drin eingesperrt. Doppelte Bestrafung. Was immer da auch passiert, es passiert sehr schnell. Das war's bestimmt immer noch nicht, oder? Irgendwas schleudert mich jetzt noch danach. Nein, ich will nicht. Ah. Was ist das für ein Konglomerat? Ey. Jetzt übertreibt er aber, oder? Bei der Röhre hat's auch noch Möp gemacht, aber es gibt gar keinen anderen Weg. Ich hab keinen Nerv mehr für diesen Quark. Hm. Soll ich trotzdem mal nach oben halten, oder? Ah. Ich hab nicht gesehen. No. Ich hab nicht gesehen, dass es neben der Röhre noch nach oben geht. Das sind diese dämlichen Kack-Krafiken hier, die kein Mensch unterscheiden kann. No. Ich hab Angst, in dieses Loch zu fallen. Oh. So geht's natürlich auch. Heiliges. Das ist ein semi-solides. Das heißt, runter geht's für mich auf keinen Fall. Oh. 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 noch langsamer sieht so aus als müsste ich so langsam mal nebenbeschäftigung suchen ja 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 Ah, come on. Das Level ist wirklich eine Qual. Es gibt Troll-Level, die sind lustig. Und es gibt Troll-Level, die sind eine Qual. Und das hier ist so eine. Reinste Folter. Boah. Lass mich doch jetzt einfach in Ruhe mit diesem Müll, ey. Oh, er hat mich nicht zerquetscht. Ich will aber nicht groß sein. Machen Sie mich klein. Wie lange ist das? Es kann nicht mehr lange dauern. Das ist unmöglich. So, was habe ich jetzt getan, damit das hier... What the... Ich kann nirgendwo hin. Ich kann nirgendwo hin. Ich weiß nicht. Für mich sah das so aus, als wenn ich einmal hier reinlaufe, dann war es das für mich, oder? Täusche ich mich da. No, ich... Come on. Ich check nicht, was ich hier machen muss. Nein, lass mich in Ruhe. Ich vergesse den fast jedes Mal, ne? Und gerade so mit Ach und Krach komme ich nur dran vorbei. Darf ich nicht... Gehe ich da rein und darf dann anschließend nicht springen, oder? Ja, das ist es. Weil die Ranke da hochkommt. Okay, ich glaube... Ich darf jetzt nicht springen, ne? Weil dann kommt die Ranke... Ha... Ha... Was ist hinter dem Power? Seht ihr die zwei roten Pixel da? Was mag das sein? Ha... Ha... Das funktioniert jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir da... Ich will... Ich will doch nicht eine Stampfattacke da reinmachen. Ich bin doch nicht lebensmüde. Aber so funktioniert es ja auch nicht. Oh, Gott. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein. 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 Ich mash mich hier durch. Ich... Nein, doch nicht. Stellt das irgendwas dar? Für mich sieht das aus wie ein Elefant. Iggy, der einen Elefanten reitet. Vielleicht... Ist es aber auch nur... Mein schwindender Verstand, der... Der das sieht. Ich hab's noch gesagt, ne? Ich vergesse wirklich jeden... Ich weiß nicht, warum. Speziell den... Ich vergesse ihn jedes Mal. Ach, du Clownskutsche. Nein. Ich hab gar nicht nach... Ich hab gar nicht nach oben gedrückt. Das war mein D-Pad. Ich schwör. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Dass man da manchmal nach links und manchmal... Ich halte immer nach rechts, wenn ich da rauskomme, ne? Aber manchmal passiert dies und manchmal passiert das. Ich weine jetzt dann gleich. Andererseits... Andererseits... Habe ich sie auch fast geschafft. Ich bin ganz nah dran. Ich hab das... Wow, wo bin ich? Ich hab das Ziel schon gesehen. Ich muss nur noch danach greifen. Kann ich hier eigentlich einfach aussteigen? Muss ich überhaupt bis zum Ende mitfahren? Das war einfach nur brutal. Die Level davor, die waren auch gemein. Aber man hat immer den... Den guten Kern erkannt. Ja, aber das hier... Das war einfach nur bösartig. Boah, Wilfred. Was haben sie dir angetan? Ja, jetzt wollte ich... Wollte ich eigentlich noch so ein kleines Level spielen als Ausgleich. Ich hoffe, ich krieg eins. Oh! Hier ist das F. Ist das schon das Finale? Ne, das ist erst Welt 6. Und es gibt ja anscheinend 8... 8 wunderschöne Welten. Lore Update. Das ist wichtig. Also das, was wir im... Im Trailer gesehen haben. Kriegt jetzt eine Fortsetzung. Ich hoffe, dass es nicht wieder ein Twitter... Äh... Post, der gelöscht ist. Aber wahrscheinlich. Was steht da? Bleckt. Bleckt. Ah, jetzt führt direkt... Oder habe ich das vorhin falsch eingegeben? Das ist auf jeden Fall... The Story of Goopengorb 2. Ich kann euch das jetzt leider nicht einblenden, weil ich die Szene in OBS nicht eingebaut habe. Aber ich verlinke es euch einfach. Im Video. Wenn das geht. Weil es ist ein nicht gelistetes Video. Ja, also, ne? Guckt euch das an. Es ist... Es ist fantastisch. Das ist Wahnsinn, was die hier auf die Beine gestellt haben. Gerade das Video jetzt nochmal im Speziellen. Die Production Value und alles. Total geht das steil. Ist das nächste dann schon wieder ein Goopengorb-Level? Es wäre irgendwie traurig, wenn es die Regel durchbricht. Und das Schiff kein Goopengorb-Level wäre. Falls es eins ist, muss ich allerdings... Oh, wow. Es ist tatsächlich eins. Boah, das kriege ich jetzt nicht mehr gebacken. Ich hoffe einfach, dass die Welt morgen immer noch da ist. Und hau mich jetzt aufs Ohr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nicht nochmal. Warte mal. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass der Weltrekord zwei Sekunden ist? Er ist es. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da haben sie sich ja nicht besonders viel Mühe gegeben, die zwei. Das kriegt jetzt mal kein Herzchen. Einfach so. Weil ich noch zu beleidigt bin vom Level davor. Dem wollte ich eigentlich auch kein Herzchen geben. Das habe ich noch nie gesehen, diese Kristalle. Okay, aber von hier aus geht es ganz normal weiter. Ja, dann war es das jetzt wirklich. Also, macht's gut. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020